Als Partnerverein von Anpfiffens Leben ist der SV Gimsheim seit 2013 vom Rheinsportverein auch zum Jugendverderverein geworden. Als das Zentrum 2015 bezogen wurde, haben hier nur knapp 40 Kinder gespielt. Mittlerweile haben wir alle Jugendmannschaften besetzt und über 150 Kinder haben hier Spaß am Kicken. Davon kommen 70% direkt aus Gimsheim. Das zeigt deutlich, dass der Vereinsgedanke hier fest verankert ist. Bei uns wird viel Nachhilfe in Anspruch genommen und das zeigt sich auch in den guten Schulnoten. Die Jugendlichen bekommen hier Hilfe bei der Berufsorientierung und bei Bewerbungen. Besonders viel Wert legen wir auf soziale Projekte und generationsübergreifende Treffen mit Senioren. Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht nur sportlich erfolgreich sind, sondern auch in ihrer Persönlichkeit wachsen. Untertitelung des ZDF, 2020